Hallo und jetzt willkommen zum weiteren Let's Play auf meinem Kanal mit Cooking Simulator Ich habe ja gesagt es kommt nochmal was und ich würde sagen wir gehen in den Karrieremodus Tutorial ein Ja klar, das kann nur in die Hose gehen Chefkoch Ben, ja Ich bin mal gespannt wie ich mit klarkomme Ich habe jetzt erstmal ohne DLCs, aber die kommen halt auch noch, das Pizza und Cookie, also das Backen Aber ich dachte erstmal so grundspielmäßig, so wisst ihr deswegen Ja, Attack Pinguin würde ich mal sagen Das kommt jetzt halt jeden zweiten Tag um 14 Uhr, weil ja die anderen zwei Tage immer King of Beetle kommt Das heißt, wenn es alles gut läuft, müssten am Tag drei Videos kommen Morgens um neune, mittags um zwei und halt abends um 18 Uhr Ja, mal schauen wie sich das läuft Vielleicht ändert sich das auch noch mal mit zwei Videos oder so, ich muss mal gucken Weil aktuell ist es mit drei, also gut Bis auf einen Tag mal zwei, aber sonst Ja Alles klar Okay, gehen das also mit WASD Ja Okay, der speichert wieder Ähm, scheint so als hätte jemand einen Platz in Ja, erbärmlich ist wirklich richtig So, genau Ich glaube hier müssen wir Okay, wir müssen den Ofen reparieren Äh, wie denn Reparieren Ähm Ja, und dann Ah Versuch nicht bankrott zu gehen Ja, immer doch Wo ist denn überhaupt mein Geld? Wo kann ich das, ähm Okay, also ich kann mein Geld nicht sehen Das ist natürlich dann Okay, also ich sehe mein Geld Ach doch, da, okay So, das müsste gemacht sein Eieiei Also ich weiß nicht, was hier passiert ist Aber der Typ hat das ja richtig in einem erbärmlichen Zustand gelassen Okay Ach, hier ist das Shopmenu, ja Ruf Ladenansicht auf Okay, ich muss kurz gucken Okay, das ist das Ähm Ich hätte vielleicht doch ein bisschen mehr lesen sollen So Ich muss kurz mal gucken Eingabe Vielleicht finde ich das ja hier irgendwo Menü, Escape Ich muss kurz gucken Ähm Ach, F9 wäre Screamshot gewesen Okay, gut Rufe Ladenansicht Was wäre denn hier? Achso, hier sind die Fische Okay Machen wir mal alles hier wieder zu Ah, hier wäre das gewesen Wähle der Gerät Mixer Ja Gut, jetzt leg den Mixer weg Du kannst nun Ah, okay Ich kann also nur eine Sache auf einmal tragen Es wird schneller sein Es wird schneller sein, wenn eine Kiste Eh Okay Abholen Karton Es wird schneller sein, aber welche Kiste bitte schön Nee Ah Die Kisten also Ich kann dich aber nicht ablegen Doch jetzt perfekt Kauf im Laden Geräte Was? Okay Backblech Ähm Ein Backblech Das packe ich erstmal Komm, das packen wir direkt mal hier rein Hoppala Na komm So Zwei große Töpfe Äh Ach Was mache ich denn hier? Okay Okay Ich kann aber nur einkaufen Das ist natürlich sehr geschmeidig Kann ich auch nach unten packen Jawohl So Na komm Lass mich dich doch einlegen So Schneidebrettmesser Pfanne Spachtel Okay Ich kann halt immer nur eine Sache kaufen Okay Ich packe das jetzt alles erstmal hier hin Bis auf das Messer Das kommt mal da hin Und die Pfanne Na komm So Okay Laptop benutzen Was soll ich denn jetzt machen? Klick auf den markierten Ja Ahm Unsere Rezepte Du solltest vorerst Äh Okay Also hier kann ich dann Gerichte kaufen Gegrilltes T-Bone Steak Und rote Wer macht bitteschön rote Kartoffeln zum T-Bone Steak? Das ist Also das ist mir ein Rätsel In Ordnung mal sehen Reparaturengeräte Wir brauchen Gewürze Ach Hoppala So Das Salz Das packen wir direkt mal Da oben hin So Schwarzen Pfeffer Cayenne Pfeffer Dill Meerrettich Thymian Also alles einmal So Karton öffnen Ich sag euch gleich Das geht in die Hose Das wird nicht gut enden Ich seh schon Komm Schöner Cayenne Pfeffer Der ist immer richtig lecker Schmecker für Spaß Entdecker Hoppala So Sag mal Na komm Perfekt Nicht Tja So Ich weiß Das Wenn wir geöffnet haben Nicht viel Zeit haben Zum Einkaufen Ich bin mal gespannt Wann das erste Gericht Verbrennt Also Ähm Ja So Okay Flüssigkeiten Ah Sonnenblumenöl Sau Da komm Sonnenblumenöl Ich find saure Sahne Gehört doch eigentlich Im Kühlschrank Oder Sehe ich da falsch Die hat eigentlich Da oben ja nix zu suchen So Und Hühnerbullion So Natürlich Ich find die Empfindlichkeit ist schon hart krass Also die muss ich noch unterstellen Okay Ich hab meinen Teil erledigt Mal sehen Am Ende werden wir Nehmen Oh die erste Bestellung Okay Stell doch hin Hallo Jetzt krieg ich das Ding Da nicht mehr weg Ich 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 krieg das Ding jetzt nicht mehr weg Hallo Ich krieg das Jetzt perfekt So Öffne den Kühlschrank Okay Schnell hier So Okay das ist 6 Gramm Na gut Also ich denk mal der Typ wird schon Nicht zufrieden sein Eieiei Wie es hier jetzt schon aussieht Und das liegt noch nicht mal Ist ja noch nicht mal gewürzt So Backblech 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 Komm her So Fisch nehmen In den Ofen Denkt daran Und wie lange 60 Sekunden Waren wir hier irgendwo eine Uhr Ne haben wir nicht Okay Muss ich also auch noch kaufen Am besten So Wo ist meine Hä Okay Also ich halte Fest Ähm Die Zitrone ist weggebackt Okay So Shift So Was sagt die Forelle Brauche noch ein bisschen Wir können ja schon mal einen Teller kaufen Ähm So In der Zeit kann man ja mal aufräumen Schließen Das kann ruhig da liegen bleiben Habe ich schon Minim hab schon eingekauft Brauche ich nicht Heiß und fertig So Und jetzt Hallo Ich bin Ich muss die Empfindlichkeit Glocken Müssen runterstellen Zum Schluss Mehr Rettich Okay Okay Ah nein 2 Gramm Okay Perfekt Ja das wird bestimmt zu viel Mehr Rettich sein Hoppala Wie kriege ich dich jetzt hier auf Ich habe doch schon eine Zitronenviertel Nimm die Zitronenviertel Hab ich doch So Wie kriege ich dich jetzt hier auf Ich habe die Zitronenviertel Alter Ich verstehe nicht was Was mit dem los ist Na komm So Zufrieden der Herr Nimm die Zitronenviertel Ziele Verwende sie Ja Ja Alter Alter Der Typ der geht mir auf Nuss Ne Ähm Habe ich alles gemacht Also von mir aus Ach mindestens 4 Stücke Man sollte ja auch mal lesen Ne Der Typ der geht mir schon Ähm Hart auf Nuss So Das sind 4 Minium Ich habe 4 So Leg zum Also gut Ich halte fest Ähm Das war mal ein Griff Ins Klo Ja gut Nicht schlimm Der Typ soll mir jetzt mal nicht auf Nüsse gehen Ich brauche einen neuen Teller So So und jetzt aufpassen Was ich hier mache Zack Zack Tyminian Wo ist es denn Chill deine Nuggets Gut das Gericht ist fertig Jetzt Uiuiui Leute ich glaube nicht Dass das gut wird Ich glaube ja nicht dran Ich glaube ja nicht daran Ja doch ist es doch Ich mache es einfach so Ist es doch echt gelungen Also Was Falsche Menge an Produkt Ja gut ne Aber gut Die erste chaotische Folge ist dann hiermit auch mitbeendet Wenn es euch gefallen hat Lasst es mich gerne wissen Wenn ihr mehr sehen wollt auch Und ja Lasst euch gerne ein Abo und einen Daumen drauf Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal